Musik Mein Name ist Heinz-Dieter Kortenbruck. Ich bewirtschafte mittlerweile seit über 25 Jahren diesen landwirtschaftlichen Betrieb mit Milchkühen und Mastschweine. Musik Ich bin Carlo Kortenbruck. Ich komme hier auch von dem Hof. Und ich bin jetzt fast mit der Schule fertig, mit der Realschule. Und in den letzten paar Monaten habe ich dann schon ziemlich viel überlegen müssen, ob ich jetzt hier weitermache und was jetzt, wie es weitergeht. Und weil ich halt eben so viel Spaß an der Landwirtschaft habe, das Triggerfahren oder auch eben Antiziere, es macht mir halt Spaß, den zuzusehen. Und da habe ich jetzt überlegt, eine landwirtschaftliche Ausbildung zu machen. Musik Der Betrieb hat sich in den letzten Jahren intensiv entwickelt. Nur das Problem ist, dass uns der Naturschutz eventuell Flächen entzieht. Und wir nicht wussten, ob sich das weiter halten lässt, die Landwirtschaft. Musik Aber mittlerweile scheint wohl entschieden, dass wir hier an diesem Standort weiter wirtschaften können. Und dann vielleicht dann auch eine nächste Generation hier noch leben kann. Musik 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 Musik